Hey Leute, Willkommen zurück zum Resident Evil 2 Remake mit Leon unten im Raccoon Police Polizei Präsidium. Du blödes Vieh. Hier sind Dunde überall. Wie Tontauben schießen. Was? Was zum Geier? Ah, du Scheißvieh. Du verdammte Scheißvieh. Ich bin gesund. Jetzt will ich mit Schrot schießen auf die Mistviecher. Oh mein Gott, das war laut. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ihr Kackköter, Mann. Ich hab nur noch die Schrot, aber ich hoffe ich krieg gleich noch ein bisschen Munition. Oh, hi. Oh, nicht Schätzchen. Komm, lass mich. Nein, 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 nein. Oh, noch ein Film. Warte mal. Locker. Nein, nein. Muss das sein? Hier ist besetzt. Ah, Splotch. Ah. Verpiss dich, Mann. Okay, ich bin raus. Wieder Einlauf. Okay. Ah. Ich fühl mich auch gerade so, dass ich einen Einlauf gekriegt und muss ganz schnell irgendwo hin. Oh nein. Ah, wie viel sind das? Drei Stück. Boah, die hab ich geschält. Oh Gott. Alter. Übertreibt's halt mal, bitte. Ich hoffe, ich krieg bald die Magnum. Kann ich mir selber in den Kopf schießen, ist vorbei. Da wacht Leon wenigstens nicht mehr auf. Alter Verwalter. Ich brauch halt echt dringend wieder Munition, gerade jetzt für die Pistole. Ich will aber glaube ich nicht die Mathilda, also nee, nee, nee. So, warte mal. Ich pack mal das weg, ganz kurz. Die packe ich auch mal weg. Kann ich mir ja gleich wiederholen. Im Spind. Ein Karton mit einem Elektronik-Teil. Lalalalalal. So. Boah, hat ne neun Schuss. Warte, hab ich... Vorhin waren's zehn oder nicht? Da komm ich jetzt immer weniger oder... Also ich weiß, im dritten war's so, wenn man da immer wieder gemischt hat, gab's am Ende so super Munition sogar. Wenn ich die ganze Zeit das gute Pulver, also beziehungsweise nur Pistolenpulver gemacht hab, gab's irgendwann Superpistolenpulver. Bei Nemesis. Ihr wisst schon. Oh, davon wünschte ich mir jetzt übrigens auch noch ein Remake, bitte. Capcom, ja? Mach dir mal. Bitte. Jetzt. Bis zum nächsten Jahr hätte ich das gerne. Also am besten noch im Sommer jetzt. Ah, kann man nicht aussehen, wie so'n Stück Grillfleisch, das so lange der Sonne gelegen hat. Bah. Noch ganz blutig. Mach schätzt allein. Okay. Geht's jetzt hier vielleicht wieder ins RPD? RCPD, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, ich hab keine Bretter dabei. Ich seh schon wieder Fenster. Ist egal, jetzt mach ich später vielleicht. Das ist ja gar nicht in dem Stockwerk, das ist ja... Oh. Es dämmert mir. Ja. Kommt mir alles so vertraut vor gerade hier. Ah, ich wollte auch sagen, mach mal Licht an. Oh, hier ist ne Kiste? Alles klar. Es ist ein Safe Room sogar. Wir sind hier safe, Leute. Kann ich hier irgendwo... Ah, ich kann hier Bretter anbringen. Guck mal. Oh. Oh, da kommt sie schon. Was kommt, was ich sage. Oh. Wie ist uns hier? Ada, man. Son of a bitch. Son of a bitch. Blotch. Oh nein, da mampft schon wieder einer. Ganz so lange dagegen hauen, wie du willst. Übrigens war das glaube ich nur in der ersten Demo, die ich gespielt habe, dass die Bretter kaputt gingen. Hier ist es wohl wirklich so, dass es nicht passiert. Oh ja, bitte, danke. Oh, sehr gut. Oh, ne Sicherung. Sieh mal. Magnum. Haha. Haha. Was steht da? Room One Shower. Ne, was steht da drauf? Ein dünnes elektrisches Teil. Wie wäre es mit einer Sicherung? Break Room. Hallway. Shutter. Achso, nicht Shower. Break Room, Hallway, Shutter. Ah, ich glaube ich werde speichern, Leute, weil... Ich habe hier die ganzen... Die ganzen Licker nicht besiegt. Übrigens, ich habe die einfach leben lassen und bin durchgerannt. Könnte sich jetzt nachträglich so als Fehler herausstellen, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Geile Süßen. Ah, er steht schon wieder. Jetzt stirbt doch mal. Ne, mit dem Land schmeiße ich jetzt nicht. Ich habe kein Messer mehr. Scheiße. Oh. Kann ich die alle vernageln? Ja, natürlich kann ich die alle vernageln. Oh, guck mal. Hier ist es. Der halbe Mann. Der ist jetzt tot, verdammte Scheiße. Hat sich angehört, dass er gestorben, also jetzt endgültig. Scheiße ey. Haha. Wett vorm Kopf, ha? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz checken, wo war... Da war noch, oh ich hab hier nen Kraut vergessen, Schließfächerraum, das Schließfach-Terminal, hier ist das Dunkelkammerbecken für den Film, Außenraum, aha die hab ich vernagelt, die Bretter, also die Türen hab ich mit den Brettern vernagelt, Beobachtungsraum, wie komm ich denn da hin? Kann ich da, ist das ein Stockwerk drunter oder was? Ne, auch nicht. Ja, hier gehts noch weiter, das Kartenlesegerät, ich hab das Kartenlesegerät nicht, was ich hierfür brauche. Beziehungsweise hierfür brauche ich dann den Dingenskirchen, sag mir, die elektrischen Teile, obwohl es einfach nur Sicherungen sind, kann man auch unnötig kompliziert ausdrücken. Hier ist der Tresor im Wartezimmer, hab ich auch leider noch nicht. Hier kann ich dann wahrscheinlich mit der Kurbel öffnen. Ah, seht mal, Privatsammungszimmer und Chefbüro. Das Stars Büro und hier brauche ich den USB Dongle, den USB Dongle. Oh ja, das war's dann. Aber wo war nochmal das Peak-Schloss? Äh, das Karo-Schloss meine ich. Wir werden sehen. Darüber nehme ich das. Ist doch nicht. Wieder einer. Ey Marvin. Lebst du noch? Oh Gott. Natürlich lebt er nicht mehr. Oh nein Marvin. Marvin. Oh nein. Oh nein. Verdammt. Tut mir leid, Marvin. Oh haha, der Kopf. Richtig schönen Splatsch. Sorry Marvin. Da war ja nur ne Frage der Zeit bis das passiert oder? Hey Jungs! Der Stress hier! Oh Gott! Du Mistiges Scheißvieh! Ah da war der Herzschlüssel. Oh Leute ich werde jetzt hier verrecken. War genau richtig, dass ich hier lang gegangen bin nämlich nicht. War genau falsch. Aber wenn ich nicht renne ist alles gut. Hoffe ich. Die habe ich nicht geholt beim ersten Mal. Mir gerade eingefallen. Puh. 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 Also das, das. Fangen wir mal hier an. Das, das. Das, das, das. Nochmal. Das, das. Ne, ist der letzte. Das, das, das. Oh. Da, da. Hä? Was, was mach ich da jetzt falsch? Ah, der kommt da. Okay, so, so. Ähm, so. Es ist voll doof mit Tastatur übrigens. Kann ich das nicht mit der Maus? Ne, kann ich nicht. Äh. So, nochmal das. Da, das. Das ist der letzte. Verdammt. Das ist der letzte. Da, da, da. So. Ich bin voll nervös, Leute. Das macht mich echt fertig hier. So, jetzt. Mann. Wie gesagt, Tastatur ist ungelenkt. Das ist mit dem Gamepad viel leichter. Oh, noch ein Button. Jawohl. Ich kann das, ich kann den Waffenschrank jetzt aktivieren. Oh, f*** die Henne. Ich muss nochmal da unten durch jetzt. Das kann nicht euer Ernst sein. Wollange der an der Decke ist, ist alles gut. Gut. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wer klaut denn bitte solche Buttons? Erkleb mir das. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ich weiß. Es ist gerade ein bisschen schmerzlich für dich. Ich bin schmerzhaft. Aber da unten war nur eine Tasche eingesperrt in dem Safe. In dem Schließfach. Das heißt, ich bekomme gleich nur eine größere Tasche. Soll ich das hier überleben? Hat sich das jetzt echt gelohnt? Ein rotes Kraut. Habe ich so ein grünes? Ja, ja. Ich muss das nehmen. Das war jetzt lebensnotwendig. So. Munition. Munition. Brauche ich jetzt eigentlich unbedingt das Elektronen-Teil? Äh, Elektronik-Teil hier das verpackte? Ne, oder? Egal. Ich hole dir ja gleich wieder den Knopf und dann hole ich mir dafür wieder eine neue Tasche. Alles gut. Oh, äff dich bitte, du Scheißvieh. Meine Güte. Ja. Ich habe alles. 103. Sehr schön. Da ist ein Messer drin. Immerhin. Ist gut. Gut. Hier haben wir 203. Die Tasche. Sehr schön, Leute. Oh, ist das gut. Ist das gut. Ja. Eine Gürteltasche und schon habe ich noch mehr Plätze. Ich habe mehr Gürteltaschen als der durchschnittliche Malle-Urlauber aus Deutschland. Ha. Stolz drauf. Bläst. Hashtag bläst. Hasst mich nicht, weil ich bläst bin. Ah. Ah. Oh nein. Geh mich auf den Sack. Ah. Ah. Ihr könnt mich alle. So. Jetzt erstmal verschnaufen. Ich habe immer noch nicht diesen doofen USB Dongle. Ich weiß also nicht, wie ich jetzt an die Magnum kommen soll. Diese wunderschöne Magnum. Diese wunderschlöne. Diese brennenden Jungs hier habe ich glaube ich in dem Spielstand auch noch nicht. Doch, habe ich wohl schon. Habe ich wohl schon. Alles klar. Oh mein Gott. Brauche ich diese Kurbel jetzt überhaupt noch? Ne. System war sehr gut. Oh. Sieh mal, was ich da gefunden habe. Kling. Was ist das hier? Chief's Office. Dafür brauche ich den Herzschlüssel. Ah. Sieh mal an. Ja. Gehe ich jetzt runter. Der Heizraum. Oder ich gehe hoch. Oh. Alter, da wird es ja nochmal riesig groß. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, als wäre das Spiel hier viel größer als noch der zweite damals. Scheibenkleister. Das ist aber ein hübscher. Okay, dann mach das dich. Dann mach das nicht. Ah, okay. Ich weiß was das ist. Ja, ja. Gut, das sind die. Da kommt man eigentlich anders rein in diese Räume. Ah, warte mal. Ich hatte da übrigens noch einen Film zum entwickeln. Kreuzschlüssel. Ach, Mann. Hei, 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 hei. Soll ich es mal wagen durchzugehen in meinem blöden Licker? Ah. Ja, ist gut. Hi. Entschuldigung. Wo geht es denn hier raus? Was? Weiß er nicht. Okay. Weißt du was? Doch, wir gehen nochmal ganz kurz in die Bibliothek. Einfach die Treppe rüber und dann gehe ich runter und dann bin ich ja schon wieder da im Safe Room. Alles gut. Ich kann mich unbedingt wissen, was auf dem Bild drauf ist. Nee, Quatsch. Ich kann ja gar nicht mehr in die Bibliothek. Da ist ja alles dicht. Ich habe den Schrank ja nicht beiseite. Scheiß. Dann macht das keinen Sinn hier. Ich will aber gerne den Film entwickeln. Vielleicht stehen sie wieder so hier, die Affen. Da. Da. Wo ist das denn Licker hin? Der ist doch irgendwo. Ich höre ihn doch. Nee. Der kann ja von mir aus... Der kann ja verfaulen. Ich werde ihn nicht töten. Das... Nee. Der kann ja echt verfaulen, das Vieh. Ah, DCM. Aber den hätte ich jetzt sowieso gekriegt. Ah, seht ihr mal. Das ist halt so das Rätsel Lösung immer, wenn man die Filme sieht. Das hat Freya gemeint. Ah, okay. Okay. Machen wir keinen Stress jetzt. Kommst ja nicht raus. Ach man. Und ich sag bloß, das Vieh ist doch noch hier. Oh ja, es ist noch da drin. Da gibt es jetzt doch einen Licker mehr. Oh nein. Oh nein. Warum ist jetzt hier alles voller Licker? Ich will nicht mehr. Ja. Der ist doch echt überall auf einmal. Das gibt's doch nicht. Ja, hör auf. Jetzt ist der Zombie wieder da drin. Die sind immer anders. Wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe. Wett mal, dann stehen sie wieder genauso wie eben. Dass der da steht auf der rechten Seite. Und der mit dem schwarzen... Mit dem schwarzen Anzug steht links. Achtung. Oh, doch nicht. Entschuldigung. Ich wollte es klarstellen. Aber es ging nicht klarstellen. Alles klar Leute. Ich mache mal Schluss hier. Nächstes Mal geht es weiter. Ich werde hier erstmal speichern gehen. Ja, ich muss halt alles jetzt nachspielen. Auf Deutsch, ne? Wie gesagt, muss ich nicht. Ihr habt es ja jetzt schon gesehen. Auf Deutsch. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Ich würde mich freuen über noch mehr davon. Ah Mann. Jetzt kommt der auch noch hier rein, ja? Wir sehen uns wieder zu Resident Evil 2, dem Remake. Macht's gut. Tschüss.